Es gibt eine Sache, die brauchen wir gerade mehr als alles andere auf der Welt. Fleisch. Saftiges, zartes... Schweinefleisch! Alternativ auch von einem Dalmatiner-Schwein, oder nein, Kuhschwein, wie ich ja vor einiger Zeit gelernt habe. Ja, weiter geht's mit Let's Play Umiyara Cover the Fresh. Wie gesagt, wir brauchen Fleisch, denn ohne Fleisch kein neues Item auf der Speisekarte. Wer darf sich wieder um die Arbeit kümmern? Natürlich wir, immerhin arbeiten wir hier. So, du bist ein reisender Koch, richtig? Mhm. Würdest du dann etwas für mich zubereiten? Hm, vielleicht sollte ich etwas Neues machen. Ein Gericht, das man auch hier liefern könnte. Ich glaube, ich mache dir einen Hamburger. Oh ja! Du sprichst genau meine Sprache. Auch wenn ich schon ewig kein mehr gegessen habe, aber... Hey! Ein Hamburger, hier und da, warum nicht? Lass mich mal losgehen und alle Zutaten sammeln! Der Ort ist ja inzwischen allgemein bekannt, wo wir eine ganz große Packung Schweinefleisch finden. Und mit Packung meine ich ein paar wilde Schweine, die gleich anschließend durch den Fleischwolf gedreht werden. Yay! So, Tomaten müssen auch her... Ich kann mich da echt nicht dran festhalten. Ach, haha! Ich bin aber wenigstens jetzt einigermaßen vorbereitet auf diese Aufnahme. Sonst sage ich ja ganz gerne, ach, jetzt habe ich wieder eine Woche Umihara-Coverse nicht gespielt. Jetzt ist wieder das ganze Fingerspitzengefühl so ein bisschen verloren gegangen, aber nee. Okay, ich bin heute guter Dinger. Seht ihr, wie elegant ich heute alles hinbekomme. Und wenn ich weiterhin so eine große Klappe habe, wird das schon bald mein Untergang sein. Oh nein, diese elende Miesmuschel! Miesmuschel! Egal, wir haben unsere Haltestelle bald erreicht. Du bist ziemlich hartnäckig. Möchtest du in meine Muschelsammlung mitkommen? Da habe ich doch immer ein kleines bisschen Platz. So. Hier kommt mal alle mit. Nur das, ähm... Ja, Kuhschwein... Ich kann nicht glauben, dass das ein echter Ausdruck ist. Das Kuhschwein, das können wir ja nicht einsammeln. Das hat uns noch ein gutes Stück voraus. So, wo bekommen wir jetzt die anderen Zutaten? Ja, natürlich dort, wo der Pfeil hin zeigt. Warum frage ich überhaupt? Wir haben die ganze Zeit permanent ein Navi eingeschaltet. Ich sollte weniger sinnlose Fragen stellen. Und mal was einigermaßen Gescheites hier von mir geben. Ja. Ah, ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Let's go! Uh! Die Tomaten habe ich schon mal mit Ach und Krach so wiedergefunden. Boing! Und da werden wir... Das Einzige, was noch fehlt, ist... Ich habe keine Ahnung, denn ich kann mal wieder den roten Text auf dem Bildschirm nicht lesen. Von meinem Display hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ich... Das würde ich mal euch fragen, wenn ihr euch die Aufnahme hier anschaut. Der rote Text da oben in der Ecke. Könnt ihr den lesen? Denn bei mir auf dem Bildschirm kann ich, je nachdem, wo ich mich gerade aufhalte, nicht so gut lesen, was da steht, weil es etwas verschwommen ist. Eigentlich war ich der Annahme, dass ich das nicht überleben würde. Und außerdem dachte ich, dass mein PC-Bildschirm doch ein bisschen mehr taugen würde. Das ist vergleichbar mit dem 3DS-Display. Der hat nämlich auch so eine... Ja, Schwäche, wenn es darum angeht, die Farbe rot deutlich anzuzeigen. Also hauptsächlich, wenn es um Schriften geht. Ein bisschen Fleisch brauchen wir noch. Ich habe jetzt eher gedacht, wir müssen noch irgendwo Brötchen pflücken, die an Bäumen wachsen, aber nee. Ein Hamburger wäre wirklich hervorragend. Denn guck mal, unsere Hungerleiste, die sagt schon wieder, Hey, Umiyara hat Hunger. Fütter sie. Das... Was hat mich da getroffen? Ich habe es nicht gesehen. Ein Frosch. Nein, Froger. Wir machen heute Hamburger, keine Frosch-Schenkel. Du darfst trotzdem gerne in meinen Rucksack mitkommen. Extra Zutaten sind doch immer willkommen. Also irgendwie... Fehlt es gerade noch an Amo. Wobei, ich hätte die Fröscher sicher einsammeln müssen. Kann ich hier kurz mal ein Camp aufschlagen? Weil, sobald ich mich von hier entferne, müssten die ja eigentlich... Was war das jetzt schon wieder? Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier weggehe, müssten die ja eigentlich respawnen. Ich höre sie zumindest. Na komm, Jungs. Ab in meinen Rucksack. Komm, schön mit. Komm zu Tante Umiyara. Nein, jetzt... Versuch nicht ein auf imaginäres Trampolin zu machen. Ich würde es bevorzugen, wenn du mitkommst. Ein Frosch noch. Am besten bevor ich sterbe. Dann könnte ich auch einen Hamburger essen. Wer packt Frösche in seinen Hamburger? Ich war der Annahme, ich brauche die Frösche nicht, aber... Doch. Salat. Hätte ich verstanden, aber keine Frösche. Hey, genieß deinen... Kuh... Frosch... Hamburger. Ich hab dich mal Ketchup drauf gemacht. Ich bin gemein. Wow, dieses Ding ist... Wie hast du es genannt? Ein Hamburger? Ist ja echt lecker. Willst du mir zeigen, wie man den zubereitet? Natürlich, wir sind so eine liebe Seele. Na klar, mach ich gern. Hm, das sollte ich auch bei Honey im Home hier anbieten. So eine exquisite Zutat... Nicht Zutat. So ein exquisites Gericht, das gehört auf jeden Fall auf deine Speisekarte. Jeder leckt sich die Finger nach Froschhamburger. Ich glaube, wir sind dabei, einen schweren Fehler zu begehen. Der Titel der nächsten Mission deutet darauf hin. Wir müssen etwas an Seven zurückgeben, einen seiner größten Schätze. Was ist denn los, Boink? Ich bin auf dem Weg zurück von einer Auslieferung. Oh, und ich dachte, du würdest ja ein bisschen mit mir faulenzen. Oink. Hey, ich habe ordentlich Zeitdruck. Hm, vielleicht habe ich das falsch übersetzt. Das ist großartig. Also wegen dieser Lieferung von Seven. Er hat aus Versehen seinen Schatz in dem Paket gelassen. Oh nein. Ach, er ist schon ziemlich sorglos. Oink, oink. Glaubst du, du könntest ihm das zurückbringen? Ich glaube, das kriege ich schon. Ne, Moment. Ich glaube, das kriegst du schon selbst. Ha. Und du hast gerade für eine Sekunde gedacht, ich nehme dir die Arbeit ab. Was ich auch gleich tun werde, aber ich wollte dich ein bisschen in den Dreck ziehen. Ich habe gerade ordentlich Streit mit ihm, also würdest du anstatt meiner hingehen? Ah, da habe ich wohl keine Wahl. Nein. Wir haben nie eine Wahl. Wir müssen uns immer um die Sorgen anderer kümmern. Auch wieder ähnlich wie bei Animal Crossing. Ich sehe immer mehr Parallelen. eine Stadt voller Tiere. Eine Angel ist genau wie Animal Crossing. Naja, und auch die Tatsache, dass wir so ziemlich das einzige, der einzige Mensch sind in dieser Stadt. Oh, fuck. Safe. Es geht mir gut. Es geht mir immer noch gut. Keine Angst. Ich lebe. Hab noch nicht vor, diese Welt zu verlassen. Ich habe noch so viele Spiele, die ich bekommen kann. Und ich rede hier aus der Perspektive von Umihara. Dass die noch weitere Spiele, weitere Fortsetzungen ihr Eigen nennen darf. Einmal bitte wieder den Aufzug in Richtung Damenunterwäsche, Videospiele und Alkohol. Was für eine Kombination. Langweilig. Ich bereite mich vor auf einen großen Moment. Ich knie mich dahin wie der Terminator, als er aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückkommt. Oh Gott. Kennt überhaupt noch irgendjemand von euch Terminator? Ich meine die Alten. Hey. Na, das lief doch mal wieder wie geschmiert. Guck mal. Ich habe mir sagen lassen, du hast hier einen Schatz verloren. Oh. Er hat es zurückgeschickt. Aber ich habe es ihm doch gegeben. Das war ein Geschenk. Oink. Hä? Aber ich dachte, das wäre dein Schatz. Oder erhere ich mich da? Es ist mein Schatz. Deswegen habe ich ihm den gegeben. Ah. Damit die Streitereien aufhören? Es ist einsam, wenn ich nicht mit ihm spielen kann. Oink. Gut. Gib es ihm doch einfach selbst. Oh. Sicher. Das wird schon gut gehen. Ich weiß es. Und du solltest dich auch auf jeden Fall entschuldigen. Das werde ich. Oink. Friede, Freude, Eier, Kuchen, Ende gut, alles gut. Und drei Packungen Milch gibt es auch obendrein. Denn jemand wie Umihara braucht unbedingt noch extra Milch. Denn wir wissen, dass junge Mädchen wie sie viel Milch trinken. Weil Gründe. Ne? Der erste ist umsonst. Oh. Dürfen wir weitere Hamburger zubereiten? Ich rieche es. Ich wittere es. Hamburger Zeit. Wir haben gerade einen Anruf von Brenda erhalten. Halt, Moment. Ihr habt Telefone. Okay. Vielleicht haben sie sogar Smartphones. Wer weiß. Sie hat gefragt, ob wir eine Lieferung an den Arbeitsplatz ihres Mannes liefern können. Sie ist ein guter Kunde. Also lege ich mal einen gratis Hamburger bei. Moment, Moment, Moment. Wenn ich mich nicht täusche, war Brenda doch... Ne, wobei. Oder? Wer war Brenda nochmal? War sie nicht auch ein Schwein? Bring ich jetzt dem Ehemann, der auch dementsprechend ein Schwein ist, ein Hamburger. Will ich plötzlich über Kannibalismus reden? So richtig wäre mir nicht danach. Wir haben gesehen, da kommt definitiv Schweinefleisch rein. Aber wer weiß. Vielleicht gibt es eine ganz humorvolle Interaktion, weil wir ihm einen Hamburger andrehen wollen. Da bin ich mal auf sein entsetztes Gesicht gespannt. Oder wir behalten die Zutaten dieses Gerichts einfach für uns. So ganz klammheimlich. Er muss ja nicht wissen, was er da ist. Und es wird ihm wahrscheinlich auch egal sein. Er war das Schwein. Ich bin runtergefallen. Das war nicht nett. Das war äußerst hinterhältig. Warum tust du mir das an, Froger? Ist es, weil ich nie ein großer Fan von deinem Spiel war? Hätte einfach sein können. Ich hätte schon längst oben sein können. Wir... Ja. Mein Arbeitstag lief heute so gut. Auf einmal fühle ich mich nicht mehr so ganz danach. Okay. Ich bin wieder in meinem Lauf. Ähm, bevor ich dir... Nahrung deiner eigenen Rasse andrehe, gib mir noch deine Tomaten und dann genieße das, was ich dir mitgebracht habe, mein Guter. Gib deinem Töchterchen auch noch was davon. War es ein Töchterchen? Ich meine, es war ein Töchterchen. Oink! Was ist denn dieses Sandwich-Ding? Ach, er hatte einen Sohn. Der Lager. Papa, das ist lecker! Es ist ein Hamburger. Ein Geschenk von Mrs. Sylvie. Dafür, dass du ein so guter Kunde bist. Oink! Danke! Hey Lager! Heb da auch was für deinen Papa auf! Was? Aber es ist doch schon alles weg! Oink! Es ist weg! Weg! Junge, du bist wirklich ein... Kannibale! Du hast gerade deine Großmutter gegessen! Ups! Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ach ja. Kannibalismus. Bei Umi Ara Kawasa. Wisst ihr... Warum auch nicht? Was könnte man noch in den Raum werfen? Eine Bazooka? Umi Ara Kawasa. Bazooka! Oha! Meine Gebete wurden erhört! Ich habe eine Bazooka bekommen! Beziehungsweise Umi Ara hat eine Bazooka bekommen. Dagegen bin ich auch nicht abgeneigt. Sie kann schon mit einer Angelleine so viel... ...schaffen? Also... Warum ihr nicht eine Bazooka in die Hand drücken? Ich weiß nicht, ob das die Mentalität der Entwickler war, als sie dieses Spiel entwickelt haben, aber... ...ist ein interessanter Gedanke. Jeb! Als Rauschmeister für diese Folge möchte ich nochmal kurz einen Blick auf das neue Umi Ara Kawasa Spiel, nämlich Umi Ara Kawasa Bazooka werfen. Das ist eigentlich noch gar nicht draußen. Hier haben wir die Demo-Version, die kürzlich im japanischen eShop veröffentlicht wurde. Wir haben Zugriff auf den Challenge-Mode und Battle-Mode. Leaderboards natürlich ausgeschaltet. Ein paar Optionen haben wir. Den Battle-Mode werde ich leider hier nicht ausführlich zeigen können, denn da bräuchten wir... ...weiteren Mitspieler, die ich gerade leider nicht zur Verfügung stellen kann. Also mal ganz kurz in den Challenge-Mode reingelinzt und schauen, was es eigentlich mit diesem Spiel aufsichert. Für mich der Einzige, der sich gerade dezent an Smash Bros. erinnert fühlt, wie der Charakter-Auswahl-Bildschirm aussieht? Ne, nur ich. Hätte ja sein können. Da dies unter anderem auch ein Party-Spiel ist, mit 4 Player...ja, Multiplayer, gibt es eine breite Auswahl an Charakteren. Einige aus der Umi Ara Kawasa-Welt, einige aus ganz anderen Spiele-Serien. Cotton ist zum Beispiel dabei, die auch bei Umi Ara Kawasa Fresh einen Gastauftritt hat. Genauso wie Emiko, die eine gute Freundin von Kawasa ist. Und Noko, die eine ganz interessante Verbindung zu Umi Ara hat. Wenn man das da unten lesen kann, der Text ist so klein auf meinem Bildschirm. Weiß auch gar nicht, warum ich mir die Charaktere genau anschaue, denn die Demo stellt nur ein Charakter zur Verfügung. Natürlich Kawasa. Sie können aber ihre Farbe ändern. Wenn wir sie mit einem leichten Blau-Ton haben wollen, aber nein. Wir bleiben mal der Original-Farbe treu. Alleine der Gewohnheit wegen. Steuerungsmöglich können wir zwischen Beginner, Semi-Auto und Technisch wählen. Technisch, dann spielt man das genauso, wie man auch Umi Ara Kawasa Fresh spielen würde. Die Steuerung ist dann mehr oder weniger identisch. Weil ich mich jetzt so sehr daran gewöhnt habe, wähle ich das auch. Die ganze erste Welt steht in dieser Demo zur Verfügung. Wir fangen einfach mal von vorne an und ziehen uns die ersten beiden Level rein. Wir fangen hier in diesem kleinen, ja, schon Puzzle-Bubble-ähnlichen Shooter an, sag ich mal. Dieser kleine Kreis, der uns in die Arena feuert und dessen Richtung wir frei bewegen können. Jep, das kommt uns auch deutlich bekannt vor. Wir haben weiterhin unseren treuen Angelhaken, mit dem wir ganz tolle akrobatische Kunststücke vollführen können. Doch das alleine reicht diesmal nicht, damit wir die unendlich auftauchenden Gegnerscharen bewältigen können. Der Name des Spiels... Ups. Der Name des Spiels ist Programm. Wir haben eine Bazooka. Gegner, die wir aufgesammelt haben, oder diese kleinen Kügelchen, die hier überall verstreut liegen, können wir aufsammeln und mit der R-Taste verschießen. Manche Gegner kann man ganz normal weiter einfach in seinen Rucksack packen, doch andere müssen per Bazooka abgeschossen werden. Ich habe gerade ein Leben verloren. Eine Stage ist geschafft, wenn man eine bestimmte Anzahl an Münzen gesammelt hat. In diesem Fall vier. Eine haben wir jetzt und du kommst mal ganz kurz in meinen Rucksack, damit ich dich wegschießen kann. Den netten Kollegen, der da gerade seinen Spaziergang ausführt, können wir nur an seiner empfindlichen Stelle treffen. Also sei mal so gut und dreh dich zu mir. Wir machen es ganz kurz und schmerzlos. Ihr seht, das Ganze ist wesentlich simpler gestrickt als das Spiel, was wir vorhin auch gespielt haben. Was ja ein Hauptteil der Umiyara Kawase-Serie ist. Das erinnert mich mehr schon an klassische One-Screen-Arcade-Spiele, wie zum Beispiel Bubble Bobble. Wenn noch jemand von euch damit vertraut ist. Von dort aus geht es dann direkt zum nächsten Level weiter. Und jeder Level ist halt wirklich nur ein Bildschirm und das war's. Hier kann ich mir absolut bildlich vorstellen, dass das im Multiplayer ein absoluter Kracher ist, wenn da wirklich vier Leute gleichzeitig umherwuseln und das totale Chaos sich entfaltet. Wäre wirklich schön, wenn ich diese Erfahrung noch bei Gelegenheit machen kann. Ich gebe mich aber vorerst auch mit einem Zweispielerspiel zufrieden. Na, da hänge ich wieder so ein bisschen fest. Ja. Ich tue mich doch hier und da noch ein bisschen schwierig. Dreh dich doch mal um. Dank. Oh, ich habe ja gar kein Projektil. Gut aufgepasst. Wir müssen uns aber nicht nur allein auf die Bazooka verlassen. Wir haben noch ein paar spezielle Fähigkeiten, die wir uns zunutze machen können. Wir können... Ihr seht, um an meinem Kopf ist da eine kleine Lebensleiste und die Münze... Oh, ich dachte, sie wäre auf einmal verschwunden. Nein, sie ist da. Mit der A-Taste können wir eine bestimmte Fähigkeit ausführen. Ich nehme mal an, dass jeder Charakter seine eigenen Fähigkeiten haben wird. Nur können wir die leider leider nicht testen, denn... Umihara ist der einzige Charakter, der uns zur Verfügung gestellt wurde. Also muss das wohl oder übel warten. Umihara kann mit der A-Taste Hamburger ausschießen. Weil wir gerade schon beim ganzen Kannibalismus-Thema waren und... Schweine, die Hamburger essen. Ja. Doch, das ist nicht mal alles, was wir an besonderen Tricks drauf haben. Mit der L-Taste können wir... ... einen weiteren Spezialangriff ausführen, der... ... einer großen Menge an Gegnern Schaden zufügen kann. Und endlich oft kann man diese Fähigkeit nicht einsetzen. Unten seht ihr vielleicht diese kleine Leiste, die in drei Bereiche aufgeteilt ist. Jedes Mal, wenn wir mit Hamburgern um uns werfen... ... oder diese spezielle Fähigkeit mit den drei Projektilen ausführen... ... wird diese Leiste nach und nach geleert und füllt sich dann mit der Zeit auf. Die füllt sich aber relativ schnell wieder auf. Also muss man sich da jetzt nicht so den Kopf machen, dass einem das besonders schnell ausgeht. Wenn das Spiel dann nächsten Monat rauskommt, ich würde mir auch gerne die Vollversion bestellen... ... und dann ein ausführlicheres Video dazu machen. Momentan kann man nur schwer sagen, wie das mit den Importzeiten ist. Da werde ich mich wohl oder übel in Geduld üben müssen, aber das kriege ich auch noch hin. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ich bin gestorben. Das Spiel hat es nochmal bestätigt, damit da auch keinerlei Zweifel auftauchen. Ich komme noch ganz kurz in meine Arme, damit wir auch noch... Oh, und niemals vergessen, die Uhr tickt. Vorhin bei meinem Probespiel habe ich das schon vergessen. Wir dürfen niemals den Timer aus den Augen lassen. Und jetzt, ihr alle auf einmal, könnt mal schön ins Jenseits und... Oh nein, noch 22 Sekunden. Ihr seid alle des Todes. Und ihr auch. Münze? In allerletzter Sekunde. Beziehungsweise in allerletzten 13 Sekunden. Und wie man das bei so einem Spiel erwartet, nach und nach werden dann weitere Gimmicks eingeführt. Hier haben wir dann noch Sprungbretter, die wir uns zunutze machen können. Genau wie diese Gegner, die ich anfangs nicht so richtig im Griff gehabt habe. Man soll sie mit einem Doppelsprung besiegen. Das wird ja auch da oben angezeigt. Nur anfangs habe ich es nicht so richtig hinbekommen. Jetzt habe ich es hinbekommen. Denn zuerst bin ich, ja, einfach mit einem schnellen Doppelsprung auf die draufgesprungen. Und wurde dann immer wieder getroffen. Bis ich dann gemerkt habe, ah, okay. Ich muss dann springen und dann im richtigen Moment von ihrer rüber abspringen, damit ich sie besiegen kann. Alternativ, was auch funktioniert. Man kann einfach auf sie zulaufen und dann schnell zweimal die B-Taste tappen. Und dann kann man sie auch so auf ganz billige Art und Weise besiegen. Zum Teil muss ich mich noch daran gewöhnen, dass Gegner nicht einfach besiegt sind, nur weil man sie in die Tasche gesteckt hat. Man muss sie im Idealfall wirklich mit der Bazooka ausschalten. Oder im Falle dieser Gegner einfach mal draufspringen. Oh nein, ich bin gestorben. Das war überhaupt nicht meine Absicht, weil ich das Video beenden wollte. Doch, bisher finde ich, macht das einen ganz spaßigen Eindruck. Nur möchte ich dann auch mal herausfinden, wie das im Multiplayer ist. Ob das dann nochmal eine ganze Kante mehr Spaß macht. Also, bin ich mal gespannt, wie das so sein wird. Das war dann also die heutige Folge von Umiyara Cover the Fresh. Mit einem kleinen Bonus Einblick in das kommende Spin-Off Bazooka. Danke fürs Dabeisein allerseits. Und nächstes Mal sehen wir uns mit einer weiteren Folge wieder. Wir haben schon 10 Folgen aufgenommen, fällt mir gerade auf. Wuhu, kleines Jubiläum. Da hat sich das ja wirklich angeboten, dass ich noch dieses Spiel mit reingeworfen habe. So, jetzt aber genug Palabert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.